Nach einem langen Weg will er endlich sein Traumziel erreichen und als erster Deutscher Herr der Ringe werden. Thomas Bach gilt als Favorit bei der Wahl des 9. Präsidenten im Internationalen Olympischen Komitee. Am 10. September fällt die Entscheidung der IUC-Mitglieder im Buenos Aires. Seine vermeintliche Favoritenrolle will der 59-Jährige allerdings nicht überbewerten. Als Sportler weiß ich, dass Testwettkämpfe zwar gut sein können für den Aufbau der weiteren Form, dass sie aber nicht unbedingt etwas aussagen dann über das Resultat des großen Finales und das findet am 10. September statt. Bis dahin muss der ambitionierte Bach noch zittern. Seit 2006 ist er bereits IUC-Vizepräsident. Im selben Jahr übernahm er zudem als Präsident die Spitze des neu gegründeten Deutschen Olympischen Sportbundes. Nun will er zum mächtigsten Mann der Sportwelt aufsteigen. Seine Bewerbung stützt er nicht nur auf seine langjährige Erfahrung. Zum Zweiten glaube ich, dass ich ein paar ganz gute Ideen habe, wie der Sport in der Zukunft gestaltet werden kann. Es gibt verschiedene Herausforderungen für die Olympischen Spiele und das IUC. Zum einen Nachhaltigkeit, zum anderen Glaubwürdigkeit und zum dritten Jugend. Seine Konkurrenten sind so zahlreich wie nie zuvor in der 119-jährigen Geschichte des IUC. Mit Richard Carrion, Eng Siam-Yang, Dennis Oswald, Wu-Ching-Kuo und Sergei Bubka haben gleich fünf Mitbewerberambitionen auf den IUC-Tron. Ernsthafte Chancen werden allerdings nur dem Top-Banker Carrion und Eng aus Taiwan zugeschrieben. Gedanken an eine Niederlage beschäftigen den deutschen Kandidaten ohnehin weniger. Wer in einem Wettkampf antritt, wer auf die Planche geht im Fechten und daran denkt, was er tut, wenn er verliert, der trägt einen erheblichen Teil dazu bei, dass es dann tatsächlich so kommt. Und das möchte ich gerne vermeiden. Zuletzt musste der Floret-Olympiasieger von 1976 allerdings in der Heimat besonders wegen seiner zögernden Anti-Doping-Politik viel Kritik einstecken. Doch immerhin darf Bach den Austragungsort Buenos Aires als gutes Omen werten. In Argentiniens Hauptstadt gewann er 1977 zum zweiten und letzten Mal die Team-Weltmeisterschaft mit den Floret-Fechtern. Es wäre natürlich schön, wenn das ein gutes Omen wäre mit Buenos Aires. Allerdings hoffe ich, dass es dann, wenn es gut geht, weniger dramatisch wird. Denn damals lagen wir im Finale 7 zu 1 zurück und mussten das dann noch aufholen. Also es war eine nervenaufreibende Angelegenheit damals. Einen Rückstand wird Bach diesmal wahrscheinlich nicht aufholen müssen. Vielmehr gilt es für den DOSB-Präsidenten, seinen vermeintlichen Vorsprung vor den anderen Kandidaten ins Ziel zu retten. Um das Traumziel seines Lebens nicht auf dramatische Weise zu verfehlen.